Willkommen zurück Leute! Okay, jetzt kann man überspringen. So, zweites Spiel. Wir bleiben hier so lange bis wir gewinnen. Wo ist der Ball? Ah, schade. Okay, Item. Wo ist der Ball? Ah, schade. Item sehr gut. Hat ja drei Mädels in der Mannschaft. Scheiße, ich habe was rausgebunden. Ich habe einen Bug. Nein. Doch. Was war denn? Guck mal, was ich mache. Da. Ich habe mich von selbst nach da bewegt. Also kannst du nicht spielen, oder wie? Ja, guck mal. Da hinten. Ich mache gar nichts. Okay, wir haben den Controller getauscht. Ja. Und weiter geht's. Ja. So. Da hinten wir nicht. Natürlich. Ach, natürlich. Mann. Ist ja klar. Okay, versuchen wir es weiter trotzdem. Ich hole dir die Items. Oh, das war gut. Ball, holst du die Ball? Leute! Was ist da los? Was ist da los? Was ist da los? Okay, du hast die Items. Ich schmeiß. Jawohl. Sehr gut. Wir haben ihn aufgeholt. Ja. Sehr gut. Zwei, drei Leute. Der ist sicher drin. Ja, ich habe ja zwei mit Blau. Ja. Oh Gott, ey. Das sind zwei, drei. Das sind richtig gut. Wow. Okay. Wir haben auch wieder Schildkröten. Oh nein, ich habe dich angeschossen. Schade. Oh, du hast. Sehr gut. Oh, gut. Sehr gut. Leute! Was ist da los? Ich hole die Items. Oh, komm schon. Wahnsinn! Okay, wir haben nochmal einen Schuss, ja? Wir können nochmal einen Schuss probieren. Oh, du hast Stern. Druck sofort. Und mach den Schuss. Mach den Hyperschuss. Hä? Ich glaube, der Stern war vorbei. Der kann doch nicht so schnell sein. Ich habe wieder Stern. Du? Oder? Ich habe zweimal Stern. Ich habe zweimal Stern. Tschüss. Okay. Sehr gut. Wir haben zweimal Sterne. Ja, also nochmal Stern? Ja. Aber hast du benutzt, oder? Ja, und dann habe ich... Okay, nein. Vielleicht hätten wir jetzt nochmal Stern. Guck, ich habe zwei Sterne, dann habe ich bei diesen... Ja, sehr gut. Zweimal Stern. Ja, gut, dann gut, dass du es benutzt hast. Ja, gut, wir haben noch Zeit. Ich hoffe ja, Leute. Am nächsten sein Tor. Schießt. Ja. Juhu. Ja. Oh Mann, ich denke, wir werden es auch gucken können. Yes. Lass mal gucken, lass mal gucken, lass mal die Wiederholung. Oh, schöner Pass nach vorne. Bye. Schöne Drehung von Shy Guy. Ja. Okay. Haben wir Items? Ja. Nein, leider. Wir haben eine Beine. Passt. Oh, schade. Oh nein, was mache ich denn? Ich dachte, ich wäre der andere. So. Okay. Oh fuck, ich habe auch von den Sternen gesessen. Nein. Ja. Ja, Leute. Habt ihr das gesehen? Wenn du einen Stern hast, musst du nach vorne laufen. Ah. So schnell, so nah ans Tor wie möglich. Sehr gut. So ein Furry, dass wir das noch aufholen. Okay. Hätte ich nie gedacht, Leute. Hätte ich auch nicht gedacht. Schaffen wir das jetzt. Wir haben keine Items. Okay, Ball. Hat der Ball? Party zumindest. Ich versuch's, ja. Item. Okay. Okay. Mach. Schade. Sehr gut. Aha. Oh nein. Okay. Mach. Schade. 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 Ball. Ich hole den Ball. Haben wir Items? Schade. 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 Okay. 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 Wir haben ein Item. Schade. 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 Oh Mann. Das war knapp. Das war knapp. Ja. So. Zahlen wir? Einmal. Ja. Wir müssen zahlen. Okay. Interessiert uns nicht. Weiter. Wir tun noch einmal zahlen, dann beenden wir das Video. So. Weiter. Oh Mann. Das war so knapp. Wir haben 5,2 aufgeholt. Ja. Machen wir. Und dann 5,5 gemacht. Sehr gut. Aber jetzt haben wir ihn ja weitergeholt. Jetzt tun wir einfach auf der Luft den Balls ab, Leute. Und dann schießt. Und dann den Ball. Ich hatte Ball. Sehr gut. Danke hier. Ah. Ich hab dich unbedingt gesehen. Ja. Ich hab dich unbedingt gesehen. Ich hab dich umgehauen. Ja. Ich hab dich umgehauen. Ja. Ich hab dich umgehauen. Ja. Wie sollst du dich wählen? Und? Pass. Bum. 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 Ich dachte. Ich hab. Ja. Joshi ist verlass. Ja. Der hat so einen guten Schuss. Bum. Hier. bauen. Donkey Kong wollte ihn noch schlagen. Oh, schön ist das. Oh, Donkey Kong kam noch, ja. Okay, wir haben den Pilz aber nicht einsetzt. Das bringt uns jetzt nicht schön. Okay, vielleicht jetzt den Pilz einsetzen. Oh, das will ich jetzt ab. Und schieß, schieß. Das ist ein blödes Ding da. Achtung. Oh, schieß. Oh, schieß. Hey, ich hab doch Argo. Nein, nein, das bringt nichts. Aber nicht. Oh, ausgewichen. Komm. Okay, schieß. Sehr gut. Oh, schade. Oh, sehr gut. Und, Pilz, schieß. Oh, oh, oh. Ja. Nein. Das gibt's doch nicht. Wir haben doch geschafft. Oh, Mann. Wir haben rote. Okay, ich schieß. Oh, schön. Oh, nee. Gut. Oh, danke dir. Ich dachte, der Schalke wäre näher dran gewesen. Oh, Mann. Gut, 1-0. 1-1 Minute 30 noch. Sehr gut. Passt schon, passt schon. Bonbon hat's. Okay. Kannst du die Ferne halten hinter dir? Ja. Hinter dir? Okay, ich schaff's. Oh, schade. Könnte was werden? Das könnte was werden. Ich bin ja auch nah dran. Jetzt war eigentlich nah dran. Jetzt war orange-blau. Ja, wir schaffen's. Und wenn nicht, aber Zeit gewonnen vielleicht auch. Ah, gut, 1-1 Minute. Er ist da drin? Oh, die schmeißen uns hier um. Ja, 3-0. Ja, Leute. 3-0. Oh. Mal sehen. Traumtor. Schön, 1 Minute noch. Gut, die müssen 3 Tore machen. Das werden wir wahrscheinlich nicht schaffen. Haben wir halt uns nicht? Ein Tor wäre mir vielleicht klappt. Wo ist der Ball? Oh. Okay. Passt. Wo ist der Ball jetzt? Oh, ausgewichen. Haha. Sehr gut. Nach hinten, nach hinten, nach hinten. Okay, passt schon. 30 Sekunden. Ich versuche halt Zeit zu schenzen. Oh, die hat, die hat. Nein. Oh, die macht das jetzt. Oh, super. Oh, die hat Hüper. Okay, jetzt bringt die Trasse nichts. Ja. Versuch mal, dass sie keinen Hyper noch hat. Okay. 3-0. Wir haben noch nie ein Spiel zu Null gespielt. Oh, ich habe den Ball aus der Luft gefischt. Hast du das gesehen? Ja. Okay, aber 3, 2, 1. Boah. Boah, 3-0. Ja, hat wieder 3 Spiele gedauert. Aber schön, dass ihr alle mit zugeschaut habt. Ja, danke fürs Tutorial, Leute. Lasst gerne ein Abo unten leichter. Müsst ihr nicht, aber das ist cool. Okay. Schauen wir die Highlights an. Mhm. 7 Tor-Schüsse gegen 10. 1 Hyperschüsse, 0 Hyperschüsse, 11 Items. 21. Die haben, Leute, die haben 21 Items genossen. Okay. Drück mal an, dann schauen wir. Wir sind im Finale, oder? Wir haben nur ein Leben. Wir hatten mehr Ball besitzt. Hoffentlich haben die anderen auch nur ein Leben. Oh nein, die haben 2 Leben. Huh, das wird schwierig. Gut. Ja. Das heißt, wir müssen gegen die... Das sind ja alles im nächsten Video. Wir müssen 2-mal gewinnen gegen die anderen. Mhm. 3-mal gewinnen, glaube ich, ja? Ja. Oh Gott, okay. Leute, seid gespannt, ja? Ja. Tschüss, bis zum nächsten Mal.